Musik Mit drei Jahren stand sie das erste Mal auf der Bühne und dreimal können sie raten, was sie da gesungen hat. Am Rosenmontag bin ich geboren. Dass sie für den Karneval lebt, ist ohne Zweifel. Warum? Das erleben sie jetzt. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf Heidi Hettmann. Am 11.11. jedes Jahr, ob Sonne, ob Schnee oder Regen, beginnt für uns der Karneval. Das Schönste in unserem Leben. Dann wird getanzt, dann wird gelacht die liebe lange Nacht. Wir singen, schunken, trinken Bier, weil uns das Freude macht. Wir feiern heute Karneval hier im Lokal und überall. Selbst in den kleinsten Ecken, da treffen sich die Ecken. Bei Schnaps und Bier und Wein, da lässt sich's fröhlich sein. Drum stimmet alle ein, ein Hof der nahe Teil. Mein Nachbar fuhr einmal zum Rhein, er wollte was Tolles erleben. Im Karneval ein Prinz zu sein, das war immer schon sein Bestreben. Doch leider wurde nichts daraus, es fehlten Gut und Geld. Jetzt lässt der Herdentiger raus und ruft laut in die Welt. Wir feiern heute Karneval hier im Lokal und überall. Selbst in den kleinsten Ecken, da treffen sich die Ecken. Die Ecken, bei Schnaps und Bier und Wein, da lässt sich's fröhlich sein. Drum stimmen alle ein, ein Hof der nahe Teil. Ein Hof der nahe Teil. Hello! Aus dem nordhessischen Diemelstadt ist sie zu uns gekommen. Und wir freuen uns sehr, dass wir dich im Finale noch einmal hören werden. Live hast du heute gesungen. Danke deshalb an dieser Stelle auch an Thorsten Seifert und seine Band, die Charleston Party Band.